Man schrieb den 7. Juni 1099, als eine Vorhut die Mauern der Stadt Jerusalem erblickte. Die Stadt erwies sich als eine der großen Festungen der islamischen Welt. Tausend Jahre lang hatten alle ihre Herrscher an den Mauern gebaut, die die strategisch günstige Lage der Stadt Davids noch verbesserten. Sie umschlossen im Jahre 1099 im Wesentlichen die heutige Altstadt. Ein römisches Aquädukt versorgte die Altstadt mit gutem Wasser. Die Belagerer waren nicht so gut dran, denn alle Quellen mit Ausnahme des Tümpels Siloam am Fuß der Südmauer waren verunreinigt. Zehn Kilometer weit holten findige Händler in Rindshäuten das kostbare Nass und verkauften es becherweise an die Kreuzfahrer zu Wucherpreisen. 14 Tage lang wehte der glutheiße, alles austrocknende Chamsin, der Wüstenwind, und machte das Leben der Belagerer zu einer Dursthölle. Man prügelte sich um Wasser, man tötete für Wasser und man verkaufte seine Kinder für Wasser. Der Kriegsrat der Kreuzfahrer kam zu der Überzeugung, dass angesichts der Wassernot die Stadt rasch genommen werden müsse. Ein Eremit, der zu den Anführern sprach, behauptete, Gott habe ihm mitgeteilt, dass ein am 13. Juni zu unternehmender Sturmangriff erfolgreich sein werde. Sie müssten nur den rechten Glauben an den Sieg haben. Die Begeisterung der Kreuzfahrer kannte keine Grenzen und mit Todesmut versuchten sie Sturmleitern anzulegen und die Welle zu erklettern. Der Angriff scheiterte. An die 700 Mann starben elendig. Am 15. Juni wurde beschlossen, fahrbare an die 20 Meter hohe Belagerungsmaschinen zu bauen, mit bewährten Türmen, von denen aus die Stadtmauern über Enterbrücken erstürmt werden könnten. Zwei Tage später, eines der wenigen wirklichen Wunder des ersten Kreuzzuges, liefen im Hafen von Jaffa sechs Schiffe ein. Zwei genuesische und vier englisch-normannische Galeren. Sie hatten Lebensmittel an Bord, vor allem aber wunderbarerweise gerade jene Materialien, die die Männer zum Bau der Belagerungstürme benötigten. Unter der fachmännischen Leitung zweier Ritter, Gaston von Bejan und Guillaume Ricou, bauten Handwerker zwei Belagerungstürme. Sie wurden an den Fuß des Berges Zion und an die Nordmauer gerollt, von wo aus in der Nacht zum 14. Juli der Generalangriff beginnen sollte. Die Hauptlast lag auf den Lothringern und Nordfranzosen Gottfrieds, die den Turm an der Nordmauer besetzten. Raymond, der den zweiten Turm befehligte, kam nicht voran. Der Beschuss mit Schleudersteinen und Feuer war an seinem Abschnitt außergewöhnlich stark. Das Heer blickte erwartungsvoll auf die Lothringer. Auf dem obersten Stockwerk des Turmes, er war an die 20 Meter hoch, befehligte Gottfried gemeinsam mit seinem Bruder Eustach von Boulogne den Angriff. Gegen Mittag schien es, als werde der Widerstand der Verteidiger geringer. Ein Ritter mit dem Namen Lieto soll als erster über die Stadtmauer Jerusalems geklettert sein. Ein zweiter, Gilbert von Tournai, folgte ihm. Und Gottfried führte nun die erprobtesten Krieger der Lothringer auf die Mauerkrone. Sie hakten Sturmleiter um Sturmleiter ein und ließen sie an den Wallgraben hinab. In ununterbrochenem Strömen erkletterte nun die Auslese der Lothringer und Nordfranzosen die Welle, um gleich danach auf der anderen Seite in die Stadt hinabzuspringen und den Kampf gegen die in Panik geratenen Verteidiger aufzunehmen, die nach kurzer Gegenwehr in Richtung Süden flohen. Dorthin, wo die Angreifer Raimons noch nicht recht vorangekommen waren. Gottfried aber stand, das Urbild eines schönen, tapferen Ritters, hoch oben auf der Mauer, das Schwert in der Rechten. Sein blonder Bart wehte im heißen Wind, während er die Kreuzfahrer antrieb und ermunterte. Durch das Säulentor, das Gottfrieds Leute öffneten, drangen die süditalienischen Normannen in die Stadt ein und jagten von dem tollkühnen Tankred angeführt die Moslems vor sich her. Die Besiegten flohen in das heilige Herz der Stadt, auf den Platz Harem es Scherif, zum Felsendom und zur heiligen Moschee Al-Aqsa, beides Gotteshäuser, die dem Islam über alles heilig sind. Wenn sie dort bei Allah Schutz suchten, so half ihnen das nichts. Die Kreuzfahrer fielen in blinder, in mörderischer Wut über sie her, erschlugen sie auf dem Weg zu den Moscheen, vor den Moscheen und in den Moscheen. An die 15.000 Menschen wurden schon beim ersten Sturmlauf der Rasenden hingemetzelt. Das Geschrei der niedergemetzelten Menschen drang bis zur Südmauer und veranlasste die Verteidiger, ihren Platz aufzugeben und sich in der Zitadelle der Davidsburg auf dem Berge Zion in vorläufige Sicherheit zu bringen. Ihr Befehlshaber bot ein Zelt voll Gold, wenn Raymond ihm und seiner Besatzung freien Abzug gewähre. Raymond gab sein Wort und die Krieger wurden aus der Stadt gebracht. Sie waren die einzigen Mohamedaner, die das Blutbad, das nun folgte, überlebten. Es war ein entsetzliches Blutbad, das die Streiter Gottes unter den Bewohnern Jerusalems anrichteten. Eine Orgie des Hasses und des Wahnsinns, in der niemand verschont wurde. Greise, Frauen, kleine Kinder, vor nichts und niemandem machten die entfesselten Kämpfer halt. Es schien, als seien die Heerscharen des Teufels der Hölle entstiegen oder der fürchterliche Rachegott des Alten Testaments raste erneut über das gequälte Land zwischen Jordan und dem Meer. Drei Jahre zurückgestaute Aggression brach sich nun mit der Gewalt eines Naturereignisses Bahn. 18 Stunden lang rasten die Mörder durch die Stadt. 35.000 Moslems, darunter mindestens 12.000 Frauen und 6.000 Kinder wurden an diesem Tag hingeschlachtet. 5.400 Juden, die sich in ihre Hauptsynagoge geflüchtet hatten, verbrannten dort bei lebendigem Leibe. Im Blutrausch von Jerusalem endete der letzte Rest von Toleranz, den sich die Menschheit aus besseren Tagen bewahrt hatte. Es sollten Hunderte von Jahre vergehen, ehe West und Ost wieder die Achtung vor Andersdenkenden und Glaubenden Mitmenschen fanden. Boten wurden in die Heimat gesandt, um die Christenheit und vor allem Papst Urban II. von diesem Sieg zu unterrichten. Er sollte um Rat gefragt werden, wer dort, wo Christus König war, regieren solle. Aber als der Bote in Rom eintraf, lebte Urban II. nicht mehr. Er war am 29. Juli, 14 Tage nach der Erstürmung Jerusalems, gestorben. Vom zweifelhaften Sieg seiner Idee hatte er nichts mehr erfahren. Die Sieger von Jerusalem, die nach der Orgie von Mord und Gewalt ernüchtert die Zukunft der heiligen Städten überdachten, hatten keinen Grund, optimistisch zu sein. Im Grunde waren sie nur ein verlorener Haufen, ein Heer von wenig mehr als 35.000 Mann. Fern der Heimat und umzingelt von Feinden, die nur darauf lauerten, sich an den Okkupanten für die erlittene Schmach, für das Besudeln der heiligen islamischen Städten zu rächen. Vor allem galt es jetzt zunächst einmal, einen legitimen Anführer zu wählen. Einen, der die Autorität hatte, den Streitern Christi den Weg zu weisen. Gottfried von Bouillon, der vom Kreuzritter her als Held von Jerusalem gefeiert wurde, galt neben Raymond von Toulouse und Saint-Gilles als aussichtsreichster Bewerber um das höchste Amt im neu eroberten Land. Das Trauziehen um den Herrscherposten begann schon mit der Frage, wer religiöses Oberhaupt werden solle. Adhemar, der dafür von Urban ausersehen worden war, lebte nicht mehr. Die Normanen schlugen einen der Iren, den besten Prediger des Kreuzzuges, Arnulf von Roey, vor. Raymond und die Südfranzosen aber forderten zunächst einmal die Wahl eines Staatsoberhauptes. Arnulf, der sich vermutlich mit Gottfried abgesprochen hatte, machte den Kreuzfahrern klar, dass dort, wo Christus König gewesen sei, kein sterblicher Mensch eine Krone tragen könne. Nach der Dornenkrone keine Königskrone war eine seiner Standardsätze. Die Führer des Kreuzzuges boten Raymond von Toulouse trotzdem die Königskrone eines neu zu schaffenden Königreichs Jerusalem an. Und er, der stets darauf brannte, die Führung des ganzen Zuges zu übernehmen, der intrigiert und betrogen hatte, um seine Gegner kalt zu stellen, lehnte überraschend für alle ab. Ich kann in Christi statt nicht König sein, sagte er und war, wie Chronisten später vermuteten, davon überzeugt, dass er es damit allen Konkurrenten in dieser ersten Wahlrunde unmöglich gemacht hatte, sich um den Königstitel zu bewerben. Ein verhängnisvoller Trugschluss. Denn als die Wahlmänner, alles angesehene Lehensleute und Prelaten, den nächsten Kandidaten, Gottfried von Bouillon, ansprachen, da sagte dieser, vom Prediger Arnold von Rouey bestens instruiert, ein König? Nein! Werde denn nicht dauernd gepredigt, in Jerusalem dürfe es keine Könige geben? Aber vielleicht sei es möglich, einen Verteidiger des heiligen Grabes zu wählen. Wenn man sich zufrieden geben wolle, von einem Mann mit einem solch bescheidenen Titel regiert und angeführt zu werden, dann sei er Gottfried bereit, die Bürde zu tragen. Jetzt lief alles wie am Schnürchen. Jubelschreie der Wahlmänner und des Heeres, mit Ausnahme der sprachlosen Südfranzosen, eine rasch improvisierte Feier, während die Männer Gottfried den Treue eitschworen. Kein Zweifel, die Sache war bestens gelaufen. Noch am gleichen Tag besetzte der verwutschäumende Raymond die Zitadelle Jerusalems, die Davidsburg, verrammelte ihre Tore und erklärte, er werde hier noch viele Monate bleiben. Da die Burg praktisch die ganze Stadt beherrschte und die Südfranzosen überaus zahlreich waren, verlegte sich der neue Herrscher Jerusalems aufs Verhandeln. Der alternde und zutiefst verbitterte Raymond brauchte nicht viel Zuspruch, um zum Abzug überredet zu werden. Er erklärte, er habe genug vom Heiligen Land. Sein Gelübde sei mehr als erfüllt und er werde unverzüglich heimreisen. Aber dann überlegte er es sich doch anders und zog zum Jordan, um sich von seinen Sünden reinzuwaschen. Natürlich ernannte der neue Verteidiger des Heiligen Grabes, Gottfried, seinen Prediger Arnold von Rohe sogleich zum Patriarchen Jerusalems. Der letzte Beweis, dass die Intronisierung des Lothringers ein abgekartetes Spiel war. Vordringlicher Aufgabe der neuen Regierung war es, die Bedrohung aus Ägypten abzuwehren. Spione, die man auf der Folter zum Reden gebracht hatte, erhärteten das Gerücht, dass der ägyptische Vizier El-Afdal mit einem riesigen Heer nach Palästina marschierte. Es scheint tatsächlich mehr als 100.000 Mann stark gewesen zu sein. Noch einmal bewährte sich der Geist, der die Kreuzfahrer nun schon seit vier Jahren erfüllte. Alle Heerführer, sogar der tödlich gekränkte Raymond, vergaßen den persönlichen Zwist und marschierten in Eilmärschen nach Süden den Ägyptern entgegen. Am 12. August 1099 kam es bei Ascalon im Süden Palästinas zur entscheidenden Schlacht. Der Vizier, der keine Ahnung hatte, wie nahe das Kreuzritterheer schon war, wurde von den Streitern Christi überrannt. Binnen weniger Minuten entschied die Wucht des Ritteraufgebots das Treffen. Die Normanen Tankrätts kamen als erste in das Zeltlager des Viziers und erbeuteten ungeheure Schätze. Ringsum wiederholte sich das Morden und Abschlachten von Jerusalem. Im Triumph kehrte das Kreuzfahrer her nach Jerusalem zurück. Aber jetzt begannen Gottfrieds Probleme erst richtig. Tausende seiner Krieger sahen ihr Gelübde als erfüllt an und wollten nun mit den erworbenen Reichtümern nach Hause. Nur wenige ließen sich dazu überreden, als Gutsbesitzer und Feudalherren in Palästina zu siedeln. Das Land war ihnen nicht reich genug, die Gefahren zu groß. Als Gottfried Bilanz zog, stellte sich heraus, dass er nur über wenig mehr als 300 Ritter und 3000 Mann Fußvolk verfügte. Eine bescheidene Schar, die unmöglich einem Angriff starker feindlicher Kräfte widerstehen konnte. Daher wurde jedem Heimkehrer und jedem offiziellen Boten, der in die Heimat zurückreiste, der strikte Auftrag erteilt, überall und an jedem Ort neue Jerusalem-Pilger zu werben, vor allem solche, die vorhatten, im Heiligen Land zu bleiben. War es der Anblick der Gold- und Silbermünzen, der die Menschen ins Heilige Land lockte? Waren es die seidenden Gewänder oder die Aussicht, wundervollbringende Reliquien nach Hause zu bringen? Was immer es auch war, Tausende, ein nicht abreißender Strom brach auf ins ferne Land, um dort sündenfrei sein Glück zu machen. Die willkürliche Einteilung, die spätere Historiker trafen, indem sie vom 1., 2., 3., 4., 5., 6. und 7. Kreuzzug sprachen, trifft nicht die wahren Verhältnisse. Die nummerierten Heerzüge waren lediglich besonders groß oder sie wurden von hohen Persönlichkeiten angeführt. Schon im Winter 1099 1100, der auf die Eroberung Jerusalems folgte, trafen die ersten neun Pilgerscharen am Heiligen Grab ein. Ein Chronist Jerusalems bezeichnete sie zwar als zuchtlose Rotte, aber sie wurden von Gottfried mit offenen Armen empfangen. Mit ihrer Hilfe konnte er darangehen, die Küstenstädte Palästinas und Syriens in seine Hand zu bringen. Der neue Staat war von Italien aus relativ leicht erreichbar. Die Handelshäuser in Venedig, Genua und Pisa, die großen Händler des süditalienischen Normanenreiches, sie alle wurden damit unmittelbar in die Geschehnisse des Nahen Ostens verwickelt. Der Orienthandel mit seinen ungeheuren Gewinnspannen machte sie reich und mächtig. Für sie war die Eroberung des Heiligen Landes ein wahrhaft glänzendes Geschäft. Am 18. Juli 1100 starb Gottfried von Bouillon, vermutlich an Typhus. Die Lothringer und Nordfranzosen wollten nur einen weltlichen Herrscher aus seiner Familie anerkennen. Und nur einer kam dafür in Betracht. Bouillon, Graf von Edessa, Gottfrieds Bruder. Die Lothringer forderten ihn auf, sofort nach Jerusalem zu kommen und seines Bruders Erbe anzutreten. Am 9. November 1100, ein Vierteljahr nach Gottfrieds Tod, traf er vor Jerusalem ein. Angeblich begrüßte ihn die Bevölkerung begeistert. Endlich war wieder ein Herr, ein Herrscher in Jerusalem. Aber der neue Herrscher kannte keine Sentimentalitäten. Ohne Gegenstimmen wurde Boudoir zum König von Jerusalem gewählt und niemand scheint diesmal an dem Titel Anstoß genommen zu haben. Hatte jemand in Jerusalem geglaubt, Boudoir werde getreulich das Werk seines Bruders fortführen, so wurde er bitter getäuscht. Selten hat es so ungleiche Brüder gegeben wie Gottfried und Boudoir. Gottfried war huldvoll und gütig. Boudoir hochfahrend und kalt. Gottfried liebte es, mit den einfachen Leuten Brei aus dem Kessel zu kratzen. Boudoir hasste das Getriebe und den Gestank rund um das Lager der kleinen Leute. Von Gottfried wird berichtet, er habe geschworen, solange er das Kreuz trage, jedweder sexuellen Regung zu entsagen. Boudoir hatte den Ruf eines liebestollen Schürzenjägers. Seine armenische Gattin galt auch nicht gerade als Keusch. Sie soll sich wahllos jeden gut gewachsenen jungen Mann ins königliche Bett geholt haben, ohne auf Standesunterschiede Rücksicht zu nehmen. Doch Boudoir war nicht der Typ, der so etwas widerstandslos hinnahm. Schon bald verbannte er seine Gattin in ein Kloster. Dann konnte er sich unbeirrt der Erweiterung seines Königreichs widmen. Er schlug die Ägypter ein zweites und drittes Mal und eroberte bis zum Jahr 1110 alle größeren Küstenstädte. Große Burgen sollten das Königreich absichern. Sie stehen heute noch als Zeugen der grandiosen Baukunst der Franken, die ihrerseits viel von den oströmischen Ingenieuren gelernt hatten. Boudin erweiterte sein Königreich planmäßig Richtung Süden. In einem groß angelegten Kriegszug eroberte er den Negev, erreichte die Hafenstadt Eilat am Roten Meer und zog dann weiter nach Jordanien. Damit kontrollierte er die großen Karawanenwege von Arabien ans Mittelmeer. Gewürze und Weihrauch, dem mittelalterlichen Menschen schier unentbehrlich, kamen auf diesem Weg ins Abendland. Eine große Burg, Le Crac de Montréal, der königliche Berg, half den Königen von Jerusalem, ihre Macht zu festigen. Alle diese Unternehmungen kosteten Geld. Boudin beklagte oft, dass er als Graf von Edessa mehr Geld gehabt habe, denn als König von Jerusalem. Der inzwischen eingesetzte Patriarch von Jerusalem, Dagobert, war allerdings geldgierig und hütete die Kirchenschätze gleich einem Drachen. Die spendablen Fürsten der Heimat aber, die der Sache des Heiligen Landes Geldmittel zukommen ließen, stifteten niemals den weltlichen Behörden, sondern immer nur der Kirche. Boudin mutmaßte deshalb, der Patriarch horte einen ungeheuren Schatz. Das Geld der Kirche sollte auch in den nächsten Jahrzehnten ein ständiger Zankapfel zwischen den weltlichen Herrschern Jerusalems und den Patriarchen der Heiligen Stadt bleiben. Da traf es sich gut, dass die unermesslich reiche Gräfin von Sizilien Adelheit einen Gatten suchte. Ihr Sohn Roger II. von Sizilien war großjährig geworden und sie konnte nun daran denken, der Pflichten einer langen Witwin und Regentschaft ledig, das Leben noch einmal zu genießen. Außerdem wollte sie gerne eine Königskrone tragen. Der Antrag, den Boudoin stellen ließ, schmeichelte ihrem Ehrgeiz und sie ließ ihre Kronjuristen einen Vertrag ausarbeiten. Wesentlicher Punkt war, dass, falls ihre Ehe kinderlos bleibe, was anzunehmen war, ihr Sohn Roger das Königreich Jerusalem erben sollte. Boudoin ging darauf ein. Er sah nur noch das Geld der Gräfin. Im Sommer 1113 stach die Königswitwe von Sizilien aus in See. Im Hafen von Akko empfing sie König Boudoin ehrenvoll. Zum ersten Mal erschienen er und sein Hof orientalischer Sitte gemäß in seidenen Gewändern. Pferde und Maultiere trugen purpurgefärbtes Lederzeug und goldene Schellen. Orientteppiche lagen auf den Straßen, überall wehten Banner und die Priester schwangen Weihrauchfässer. Boudoin zog mit seiner Braut nach Jerusalem, wo sie der Patriarch so rasch wie möglich traute. Schon am nächsten Tag verfügte Boudoin über die Mitgift, bezahlte seinen Soldaten einen ordentlichen Sold, kurbelte die Bauarbeiten an den Befestigungen wieder an und vergab an Handwerker und Kaufleute Kredite. Die Ehe war ein glatter Misserfolg. Adelheit fand den Königspalast von Jerusalem, ein uraltes Gemäuer, nicht standesgemäß. Und Boudoin tat es inzwischen leid, dass er einem Normanen, den er nicht einmal kannte, sein Königreich vererben sollte. Da trafen, welch Zufall, anonyme Anzeigen beim Papst Paschales ein. König Boudoin sei gar nicht kirchenrechtlich geschieden worden. Der Papst sandte einen Legaten nach Jerusalem, der tatsächlich feststellen musste, dass alles dafür sprach, dass der König des Heiligen Landes ein Bigamist war. Der Patriarch von Jerusalem, er hieß inzwischen Arnulf, hatte, da er für die Trauung verantwortlich war, eine schwere Sünde auf sich geladen. Er wurde nach Rom zitiert und erlangte die Verzeihung des Papstes, allerdings unter einer Bedingung. Er müsse den König zur Lösung seiner Ehe mit Adelheit zwingen. Das konnte, wen Wunderts Arnulf mit gutem Gewissen zusichern. Adelheit inzwischen ihrer Schätze beraubt, lag König Boudoin gewiss nicht sehr am Herzen, noch zierte sich Boudoin, erfürchtete die Reaktion der mächtigen Normannen von Sizilien, dann aber gab er scheinbar unter dem Druck seiner Beichtväter nach und erklärte, er könne nicht im Stande der Sünde sterben und müsse Adelheit verstoßen. Die aber segelte, all ihr Geld und Gut in Jerusalem zurücklassend, heim nach Palermo. Sie überlebte ihren Gatten, der vor Gott keiner war. König Boudoin starb am 2. April 1118 nach einem kurzen Feldzug in Ägypten vermutlich an Malaria. Er hinterließ ein gefestigtes Königreich, dessen Handel mit Ost und West im Aufblühen war. Sein Vermächtnis war einfach und es gilt, so merkwürdig es auch klingt heute noch, lasst es niemals zu, dass die Araber Syriens und Ägyptens einig werden und gemeinsam Aber jetzt begannen Gottfrieds Probleme erst richtig. Tausende seiner Krieger sahen ihr Gelübde als erfüllt an und wollten nun mit den erworbenen Reichtümern nach Hause. Nur wenige ließen sich dazu überreden, als Gutsbesitzer und Feudalherren in Palästina zu siedeln. Das Land war ihnen nicht reich genug, die Gefahren zu groß. Als Gottfried Bilanz zog, stellte sich heraus, dass er nur über wenig mehr als 300 Ritter und 3000 Mann Fuß Volk verfügte, eine bescheidene Schar, die unmöglich einem Angriff starker feindlicher Kräfte widerstehen konnte. Daher wurde jedem Heimkehrer und jedem offiziellen Boten, der in die Heimat zurückreiste, der strikte Auftrag erteilt, überall und an jedem Ort neue Jerusalem-Pilger zu werben, vor allem solche, die vorhatten, im Heiligen Land zu bleiben. War es der Anblick der Gold- und Silbermünzen, der die Menschen ins Heilige Land lockte, waren es die seidenen Gewänder oder die Aussicht, wundervollbringende Reliquien nach Hause zu bringen? Was immer immer es auch war, Tausende, ein nicht abreißender Strom brach auf ins ferne Land, um dort sündenfrei sein Glück zu machen. Die willkürliche Einteilung, die spätere Historiker trafen, indem sie vom ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten und siebten Kreuzzug sprachen, trifft nicht die wahren Verhältnisse. Die nummerierten Heerzüge waren lediglich besonders groß oder sie wurden von hohen Persönlichkeiten angeführt. Schon im Winter 1099 1100, der auf die Eroberung Jerusalems folgte, trafen die ersten neun Pilgerscharen am Heiligen Grab ein. Ein Chronist Jerusalems bezeichnete sie zwar als zuchtlose Rotte, aber sie wurden von Gottfried mit offenen Armen empfangen. Mit ihrer Hilfe konnte er daran gehen, die Küstenstädte Palästinas und Syriens in seine Hand zu bringen. Der neue Staat war von Italien aus relativ leicht erreichbar. Die Handelshäuser in Venedig, Genua und Pisa, die großen Händler des süditalienischen Normanenreiches, sie alle wurden damit unmittelbar in die Geschehnisse des Nahen Ostens verwickelt. Der Orienthandel mit seinen ungeheuren Gewinnspannen machte sie reich und mächtig. Für sie war die Eroberung des Heiligen Landes ein wahrhaft glänzendes Geschäft. Am 18. Juli 1100 starb Gottfried von Bouillon, vermutlich an Typhus. Die Lothringer und Nordfranzosen wollten nur einen weltlichen Herrscher aus seiner Familie anerkennen. Und nur einer kam dafür in Betracht. Boudouin Graf von Edessa Gottfrieds Bruder. Die Lothringer forderten ihn auf, sofort nach Jerusalem zu kommen und seines Bruders Erbe anzutreten. Am 9. November 1100, ein Vierteljahr nach Gottfrieds Tod, traf er vor Jürg Bewerben. Ein verhängnisvoller Trugschluss. Denn als die Wahlmänner, alles angesehene Lehensleute und Prälaten, den nächsten Kandidaten Gottfried von Bouillon ansprachen, da sagte dieser, vom Prediger Arnold von Roue bestens instruiert, ein König? Nein! Werde denn nicht dauernd gepredigt, in Jerusalem dürfe es keine Könige geben? Aber vielleicht sei es möglich, einen Verteidiger des Heiligen Grabes zu wählen. Wenn man sich zufrieden geben wolle, von einem Mann mit einem solch bescheidenen Titel regiert und angeführt zu werden, dann sei er Gottfried bereit, die Bürde zu tragen. Jetzt lief alles wie am Schnürchen. Jubelschreie der Wahlmänner und des Heeres, mit Ausnahme der sprachlosen Südfranzosen, eine rasch improvisierte Feier, während die Männer Gottfried den Treue Eitsch fuhren. Kein Zweifel, die Sache war bestens gelaufen. Noch am gleichen Tag besetzte der Verwut schäumende Raymond die Zitadelle Jerusalems, die Davidsburg, verrammelte ihre Tore und erklärte, er werde hier noch viele Monate bleiben. Da die Burg praktisch die ganze Stadt beherrschte und die Südfranzosen überaus zahlreich waren, verlegte sich der neue Herrscher Jerusalems aufs Verhandeln. Der alternde und zutiefst verbitterte Raymond brauchte nicht viel Zuspruch, um zum Abzug überredet zu werden. Er erklärte, er habe genug vom Heiligen Land, sein Gelübde sei mehr als erfüllt und er werde unverzüglich heimreisen. Aber dann überlegte er es sich doch anders und zog zum Jordan, um sich von seinen Sünden reinzuwaschen. Natürlich ernannte der neue Verteidiger des Heiligen Grabes Gottfried seinen Prediger Arnold von Rohe sogleich zum Patriarchen Jerusalems. Der letzte Beweis, dass die Intronisierung des Lothringers ein abgekartetes Spiel war. Vordringlicher Aufgabe der neuen Regierung war es, die Bedrohung aus Ägypten abzuwehren. Spione, die man auf der Folter zum Reden gebracht hatte, erhärteten das Gerücht, dass der ägyptische Visier El-Afdal mit einem riesigen Heer nach Palästina marschierte. Es scheint tatsächlich mehr als 100.000 Mann stark gewesen zu sein. Noch einmal bewährte sich der Geist, der die Kreuzfahrer nun schon seit vier Jahren erfüllte. Alle Heerführer, sogar der tödlich gekränkte Raymond, vergaßen den persönlichen Zwist und marschierten in Eilmärschen nach Süden den Ägyptern entgegen. Am 12. August 1099 kam es bei Ascalon im Süden Palästinas zur entscheidenden Schlacht. Der Visier, der keine Ahnung hatte, wie nahe das Kreuzritter her schon war, wurde von den Streitern Christi überrannt. Binnen weniger Minuten entschied die Wucht des Ritteraufgebots das Treffen. Die Normanen Tankrätts kamen als erste in das Zeltlager des Vesiers und erbeuteten ungeheure Schätze. Ringsum wiederholte sich das Morden und Abschlachten von Jerusalem. Im Triumph kehrte das Kreuzfahrer her nach Jerusalem zurück, stand der Verteidiger geringer. Ein Ritter mit dem Namen Lieto soll als erster über die Stadtmauer Jerusalems geklettert sein. Ein zweiter Gilbert von Tournai folgte ihm. Und Gottfried führte nun die erprobtesten Krieger der Lothringer auf die Mauerkrone. Sie hakten Sturmleiter um Sturmleiter ein und ließen sie an den Wallgraben hinab. In ununterbrochenem Strömen erkletterte nun die Auslese der Lothringer und Nordfranzosen die Welle, um gleich danach auf der anderen Seite in die Stadt hinab zu springen und den Kampf gegen die in Panik geratenen Verteidiger aufzunehmen, die nach kurzer Gegenwehr in Richtung Süden flohen. Dorthin, wo die Angreifer Raimons noch nicht recht vorangekommen waren. Gottfried aber stand das Urbild eines schönen tapferen Ritters hoch oben auf der Mauer, das Schwert in der Rechten. Sein blonder Bart wehte im heißen Wind, während er die Kreuzfahrer antrieb und ermunterte. Durch das Säulentor, das Gottfrieds Leute öffneten, drangen die süditalienischen Normannen in die Stadt ein und jagten von dem tollkühnen Tankred angeführt die Moslems vor sich her. Die Besiegten flohen in das heilige Herz der Stadt, auf den Platz Harem es Scherif, zum Felsendom und zur heiligen Moschee Al-Aqsa, beides Gotteshäuser, die dem Islam über alles heilig sind. Wenn sie dort bei Allah Schutz suchten, so half ihnen das nichts. Die Kreuzfahrer fielen in blinder, in mörderischer Wut über sie her, erschlugen sie auf dem Weg zu den Moscheen, vor den Moscheen und in den Moscheen. An die 15.000 Menschen wurden schon beim ersten Sturmlauf der Rasenden hingemetzelt. Das Geschrei der niedergemetzelten Menschen drang bis zur Südmauer und veranlasste die Verteidiger ihren Platz aufzugeben und sich in der Zitadelle der Davidsburg auf dem Berge Zion in vorläufige Sicherheit zu bringen. Ihr Befehlshaber bot ein Zelt voll Gold, wenn Raymond ihm und seiner Besatzung freien Abzug gewähre. Raymond gab sein Wort und die Krieger wurden aus der Stadt gebracht. Sie waren die einzigen Mohamedaner, die das Blutbad, das nun folgte, überlebten. Es war ein entsetzliches Blutbad, das die Streiter Gottes unter den Bewohnern Jerusalems anrichteten. Eine Orgie des Hasses und des Wahnsinns, in der niemand verschont wurde. Greise, Frauen, kleine Kinder, vor nichts und niemandem machten die entfesselten Kämpfer halt. Es schien, als seien die Heerscharen des Teufels der Hölle Entstiegen oder der fürchterliche Rachegott des Alten Testaments raste erneut über das gequälte Land zwischen Jordan und dem Meer. Drei Jahre zurückgestaute Aggression brach sich nun mit der Gewalt eines Naturereignisses Bahn. 18 Stunden lang rasten die Mörder durch die Stadt. 35.000 Moslems, darunter mindestens 12.000 Frauen und 6.000 Kinder wurden an diesem Tag hingeschlachtet. Man schrieb den 7. Juni 1099, als eine Vorhut die Mauern der Stadt Jerusalem erblickte. Die Stadt erwies sich als eine der großen Festungen der islamischen Welt. Tausend Jahre lang hatten alle ihre Herrscher an den Mauern gebaut, die die strategisch günstige Lage der Stadt Davids noch verbesserten. Sie umschlossen im Jahre 1099 im Wesentlichen die heutige Altstadt. Ein römisches Aquädukt versorgte die Altstadt mit gutem Wasser. Die Belagerer waren nicht so gut dran, denn alle Quellen mit Ausnahme des Tümpels Siloam am Fuß der Südmauer waren verunreinigt. Zehn Kilometer weit holten findige Händler in Rindshäuten das kostbare Nass und verkauften es becherweise an die Kreuzfahrer 14 Tage lang wehte der glutheiße alles austrocknende Hamzin der Wüstenwind und machte das Leben der Belagerer zu einer Dursthölle. Man prügelte sich um Wasser, man tötete für Wasser und man verkaufte seine Kinder für Wasser. Der Kriegsrat der Kreuzfahrer kam zu der Überzeugung, dass angesichts der Wassernot die Stadt rasch genommen werden müsse. Ein Eremit, der zu den Anführern geteilt, dass ein am 13. Juni zu unternehmender Sturmangriff erfolgreich sein werde. Sie müssten nur den rechten Glauben an den Sieg haben. Die Begeisterung der Kreuzfahrer kannte keine Grenzen und mit Todesmut versuchten sie Sturmleitern anzulegen und die Welle zu erklettern. Der Angriff scheiterte. An die 700 Mann starben elendig. Am 15. Juni wurde beschlossen, fahrbare an die 20 Meter hohe Belagerungsmaschinen zu bauen, mit bewährten Türmen, von denen aus die Stadtmauern über Enterbrücken erstürmt werden könnten. Zwei Tage später, eines der wenigen wirklichen Wunder des ersten Kreuzzuges, liefen im Hafen von Jaffa sechs Schiffe ein. Zwei genuesische und vier englisch-normannische Galeren, sie hatten Lebensmittel an Bord, vor allem aber wunderbarerweise gerade jene Materialien, die die Männer zum Bau der Belagerungstürme benötigten. Unter der fachmännischen Leitung zweier Ritter, Gaston von Behan und Guillaume Ricoux, bauten Handwerker zwei Belagerungstürme. Sie wurden an den Fuß des Berges Zillon und Zillon und an die Nordmauer gerollt, von wo aus in der Nacht zum 14. Juli der Generalangriff beginnen sollte. Die Hauptlast lag auf den Lothringern und Nordfranzosen Gottfrieds, die den Turm an der Nordmauer besetzten. Raymond, der den zweiten Turm befehligte, kam nicht voran. Der Beschuss mit Schleudersteinen und Feuer war an seinem Abschnitt außergewöhnlich stark. Das Heer blickte erwartungsvoll auf die Lothringer. Auf dem obersten Stockwerk des Turmes, er war an die 20 Meter hoch, befehligte Gottfried gemeinsam mit seinem Bruder Östach von Boulogne den Angriff. Gegen Mittag schien es, als werde der Widerstand 5400 Juden, die sich in ihre Hauptsynagoge geflüchtet hatten, verbrannten dort bei lebendigem Leibe. Im Blutrausch von Jerusalem endete der letzte Rest von Toleranz, den sich die Menschheit aus besseren Tagen bewahrt hatte. Es sollten Hunderte von Ehe West und Ost wieder die Achtung vor Andersdenkenden und Glaubenden Mitmenschen fanden. Boten wurden in die Heimat gesandt, um die Christenheit und vor allem Papst Urban II. von diesem Sieg zu unterrichten. Er sollte um Rat gefragt werden, wer dort, wo Christus König war, regieren solle. Aber als der Bote in Rom eintraf, lebte Urban II. nicht mehr. Er war am 29. Juli, 14 Tage nach der Erstürmung Jerusalems gestorben. Vom zweifelhaften Sieg seiner Idee hatte er nichts mehr erfahren. Die Sieger von Jerusalem, die nach der Orgie von Mord und Gewalt ernüchtert die Zukunft der heiligen Städten überdachten, hatten keinen Grund, optimistisch zu sein. Im Grunde waren sie nur ein verlorener Haufen, ein Heer von wenig mehr als 35.000 Mann, fern der Heimat und umzingelt von Feinden, die nur darauf lauerten, sich an den Okkupanten für die erlittene Schmach, für das Besudeln der heiligen islamischen Städten zu rächen. Vor allem galt es jetzt zunächst einmal, einen legitimen Anführer zu wählen, einen, der die Autorität hatte, den Streitern Christi den Weg zu weisen. Gottfried von Bouillon, der vom Kreuzritterher als Held von Jerusalem gefeiert wurde, galt neben Raymond von Toulouse und Saint-Gilles als aussichtsreichster Bewerber um das höchste Amt im neu eroberten Land. Das Trauziehen um den Herrscher Posten begann schon mit der Frage, wer religiöses Oberhaupt werden solle. Adhemar, der dafür von Urban ausersehen worden war, lebte nicht mehr. Die Normannen schlugen einen der Iren, den besten Prediger des Kreuzzuges, Arnulf von Rouet, vor. Raymond und die Südfranzosen aber forderten zunächst einmal die Wahl eines Staatsoberhauptes. Arnulf, der sich vermutlich mit Gottfried abgesprochen hatte, machte den Kreuzfahrern klar, dass dort, wo Christus König gewesen sei, kein sterblicher Mensch eine Dornenkrone, keine Königskrone, war eine seiner Standardsätze. Die Führer des Kreuzzuges boten Raymond von Toulouse trotzdem die Königskrone eines neu zu schaffenden Königreichs Jerusalem an. Und er, der stets darauf brannte, die Führung des ganzen Zuges zu übernehmen, der intrigiert und betrogen hatte, um seine Gegner kalt zu stellen, lehnte überraschend für alle ab. Ich kann in Christi statt nicht König sein, sagte er, und war, wie Chronisten später vermuteten, davon überzeugt, dass er es damit allen Konkurrenten in dieser ersten Wahlrunde unmöglich gemacht hatte, sich um den Königstitel zu